Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Das soll eine kurze, ja, Introduction sein, wie die Zukunft dieses Channels eigentlich aussieht. Ich habe immer Videos gemacht, dass immer ein neues Video kommt, ein neues Video. Aber ich wollte euch einfach kurz erklären, wie meine Gedanken sind, wie ich gerne mit diesem Channel hier umgehen möchte. Wenn ihr sonst dann irgendwelche Ideen habt, was ich in Zukunft machen kann, was euch interessiert, lasst mich gerne in den Kommentaren. Viel Spaß mit dem Video. Und zwar habe ich ja in der Vergangenheit sehr, sehr viele Travel Vlogs gemacht. Der letzte Travel Vlog ist, glaube ich, auch schon letztes Jahr im Februar gewesen, also schon sehr, sehr lange her. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich diese Travel Videos, wo ich wirklich vlogge und zeige, an welchen Orten ich bin, mir nicht mehr viel Spaß gemacht haben. Und ich mich dadurch unter Druck gesetzt habe und immer gesagt habe, ja, ich muss unbedingt weitermachen, YouTube läuft so gut. Und das lief es auch, aber ich habe einfach den Spaß verloren daran und dadurch habe ich mich zu sehr unter Druck gesetzt, dass ich immer gesagt habe, ich muss Videos machen. Und dadurch habe ich irgendwann dann gar keine Videos gemacht. Deswegen möchte ich jetzt einfach ein Format kreieren, was für mich einfach am besten ist, wo ich mich nicht unter Druck setze, was ich von jedem Ort aus machen kann. Und einfach euch auch mehr, ja, Mehrwert geben. Und nicht nur, dass ich an schönen Orten bin, sondern wie ich dieses Leben eigentlich, ja, mehr erschaffen habe, davon geträumt habe und einfach meine Gedanken mit euch teile. Und das heißt, es geht ja um den Channel in Zukunft sehr viel um digitales Nomadentum, also wie wird man digitaler Nomade, wie ist es, digitaler Nomade zu sein, wie ist der Lifestyle wirklich, wie sieht es hinter den Kulissen aus, was sind vielleicht negative Dinge, Sachen, die einen belasten können. Was sind natürlich auch positive Dinge und ich erzähle einfach, ja, wie, ja, über digitales Nomadentum, über meine mentale Gesundheit, vielleicht auch über die Challenges. Natürlich werde ich auch noch irgendwie Videos machen, wenn ich an Kulnorten bin, gar keine Frage. Aber die Zukunft dieses Challenges soll eher darum gehen, ja, viel um Mindset, viel um, wie kann man es wirklich schaffen, ja, seine Träume zu verwirklichen, weil mich immer noch, ja, oder mir immer noch viele Leute schreiben, Jonas, du lebst so ein krasses Leben, ich bin so neidisch, wie hast du das gemacht, ich möchte auch einen Remote-Job, ich möchte unbedingt diesen gleichen Lifestyle leben wie du. Und ich kann euch sagen, für mich, es war ein jahrelanger Traum, dass ich diesen Traum jetzt leben kann und für mich war es immer auch immer aussichtslos. Deswegen möchte ich einfach euch zeigen, euch helfen dabei, wie ihr auch so ein Leben führen könnt und eben diese Freiheit habt, das zu machen, worauf ihr Lust habt. Und dadurch, dass ich das jetzt seit drei Jahren mache, seit fast drei Jahren, habe ich einfach sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können und diese Erfahrung möchte ich einfach mit euch teilen. Genau, so soll die Zukunft ungefähr von diesem Channel hier aussehen. Natürlich, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie gesagt, schreibt mir irgendwelche Themen in die Kommentare, ich bin jederzeit bereit, ein Video dazu zu machen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Videos, ich freue mich mit euch, mich wieder auszutauschen, das fehlt mir sehr. In anderen Videos werde ich mal darüber reden, warum jetzt keine Videos kamen, worauf der Fokus war, aber dazu in einem anderen Video mehr. Ansonsten, ja, lasst mir gerne ein paar Ideen in den Kommentaren, was euch interessiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!